hallo zusammen ich freue mich sehr dass ihr wieder eingeschaltet habt zu büse tv mich kennt ihr mittlerweile ich bin's der stefan und heute präsentiere ich euch die severo stx jacke von büse diese jacke ist echt ein top wegbegleiter an eurer seite ich würde schon fast sagen an euch denn egal welche wetterfront euch bevorsteht hiermit seid ihr gut gerüstet ich habe euch ja schon viel über taktiergewebe berichtet dass es sehr komfortabel zu tragen ist aber eigentlich ist es ein ganz sicheres material abrieb fest und zusammen mit den sicherheitsnähten stellt es enorm eine strapazierfähigkeit dar das absolute highlight dieser jacke ist wie ihr hier schön sehen könnt an schulter und ellebogen bereich das hightech super fabric material das sehr sehr abrieb fest und schützend ist ein absolutes highlight dieser jacke ich zeige es euch mal hier im schulter und im ellebogen bereich ist das hightech super fabric material das sehr abrieb fest ist und für die nötige sicherheit sorgt und auch klasse mit dem modischen design hier an schulter und ellebogen verarbeitet um das thema sicherheit rund zu machen befinden sich darunter in den sturz relevanten zonen einmal die sas tech protektoren hier ganz wichtig alle sas tech protektoren unserer jacken sind entnehmbar und austauschbar wer in der dunkelheit unterwegs ist kennt das auffallen das heißt mit diesen eingebauten reflektierenden elementen die wir hier vorne im schulterbereich und auch hinten angebracht haben ist das kein thema mehr dann zum wasserdichten frontreißverschluss ohne störende front flap oben wunderbar wie ihr sehen könnt ihr halskragen mit neopren umsäumt und der flexi snap selbst im geöffneten zustand per druckknopf system zu befestigen ein effizientes belüftungssystem finden wir hier im brustbereich darunter verarbeitet 3d mesh gewebe um wichtige sachen auf reisen auch mitnehmen zu können haben wir hier unter der brustbelüftung nochmal große taschen angebracht das gleiche finden wir hier auch im hüftbereich um diese jacke perfekt auf eure körpermaße anzupassen haben wir hier mehrere möglichkeiten eingebaut wir sehen hier im tallienbereich das klassische gürtelsystem unten im hüftbereich mit klettverschluss und reißverschluss zu öffnen und das ganze ein bisschen angenehmer zu gestalten gerade auch bei fahrten oder auch hier im armbereich finden wir gut und druckknopf system hier finden wir im unterarmbereich ebenfalls wasserdicht den zwei wege reißverschluss ein leichtes einführen des armes ist hier möglich genauso wie die extra belüftung durch den fahrtwind wie eben schon auf der vorderseite erwähnt haben wir auch auf der rückseite reflektierende elemente eingebaut hier sehr schön mit dem büse logo und unser entlüftungssystem im schulterbereich die severo stx jacke besitzt ein integriertes sympatex klima membran system was euch winddicht wasserdicht und atmungsaktiv auf den richtigen weg bringt zeige ich euch nun mal das innenleben hier sehen wir zusätzlich von uns das thermofutter angebracht was auch noch mal extra herausnehmbar ist jede büse hose mit verbindungs reißverschluss ist mit der severo stx jacke kompatibel schaut einfach mal was euch gefällt und klickt auf die händlersuche danke fürs zuschauen euer stefan von büse tv